Shanté Ich hoffe, das kommt gut, denn es sind schon unzählige Monate vergangen, seit ich zum letzten Mal Isaac gespielt habe. Aber statt rumzulabern, sollte ich mich besser in den Kampf stürzen. Wir spielen auf hart, alles sieht gut aus. Los geht's mit Shanté! So, da wären wir bei Shanté. Ich weiß nicht, was dieses Teil da hinter mir macht genau. Und ich, doch, die Kristallkugel weiß ich. Die öffnet mir, glaube ich, die Karte. Und ich kriege einen Solheart und eine Karte, glaube ich. Oder eine Rune. Toll. Vision. Was ist das da? Ich glaube, da kann ich den Raum zurücksetzen, quasi. Ne, ich nehme weiter die Kristallkugel mit. Ansos, was macht das genau? Bloß nicht zu viele Gegner hier. Oh, Kacke. Das fängt schon gut an. Ja, das fängt schon sehr gut an. Oh, fängt das gut an. Aber die Gegner werden langsamer durch meine Tears. Vermutlich durch diese, diese, diese... Beide haben ich gesehen. Vermutlich durch dieses Item, was ich da hinter mir herziehe. So. Zwei Bomben ist gut. Shop kann ich nicht rein. Wo ist das? Was macht Ansos? Ich weiß es nicht. Ich sollte es einsetzen, wenn ich ein Item habe. Glaube ich. So. Das orange Feuer muss auch weg. Das ist nicht gut. Und dann ihr. Kacken Pupis. Komm da raus. Komm. Kommst du da raus. Danke. Hier haben wir Herzen. Kann ich gebrauchen, ja. Ach, schön, wieder mal Isaac zu spielen. Geld. Die Musik geht aus. Warum? Lass mich in Ruhe. Okay, die Musik startet wieder neu. Okay. Nicht ganz so ein schöner Loop, aber immerhin. Brennende Kackgegner. Oh nein, du nicht. Du nicht. Höh. Döööö. Brennende Kackgegner. Geht weg. Oh. Tinted Rock. Den werde ich gerne mitnehmen. Und du war kacktes Drecksvieh. Boom. Oh, zwei Solharzen. Was haben wir hier? Helper. Schick. Ich hab meine Rune noch. Soll ich irgendwie, ja. Soll ich nicht unbedingt vergessen. Hm. Kommt näher, ihr Kackviecher. Irgendwo, wo ich euch treffen kann. Hier zum Beispiel, ja. Eins ist weg. Hier hab ich ein bisschen Geld. Und wo ist nochmal zwei? Erst noch die Pupies kaputt. Da. Ja. Danke. Pupies kaputt machen. Und, ja. Ich glaub, hier hab ich nichts mehr verloren. Gehen wir weiter. Larry Junior. Hm. Wie das funktioniert hier mit diesen ganzen Steinen. Fantastisch. Larry Junior sollte jetzt eigentlich doch noch machbar sein. So eine Bedrohung sind die eigentlichen. Ja, 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 ja. Wollt ihr mich verarschen? Soviel dazu. Hab doch jede Bewegungsmuster nicht mehr im Kopf. Geht doch jetzt einfach mal weg hier. Ich glaub, ich glaub, ich hab mich noch nie so ernsthaft. Ernst dagegen diesem Boss nehme ich so oft Schaden. Wirklich. Kommst du jetzt her? Das war ein bisschen zu viel Damage. Naja. Kann man nichts machen. Äh, benutzen wir Ansos. Ich weiss nicht weshalb. Bringt mir hier nichts. Okay. Und wir nehmen HP ab mit. Könnte besser sein. Shit, jetzt war ich nicht im Geheimraum. Egal. Gut. Ähm. Karte aufdecken. Und wir kriegen noch eine Teru-Karte. Emperor. Will ich nicht unbedingt haben. Aber hier ist der Geheimraum. Ich hoffe, es lohnt sich. Die Musik. Fantastisch. Schlüssel und eine Kiste. Gut. Nutzen wir aus. Hat sich gelohnt. Und die Batterie nehme ich auch gleich wieder mit. Vielleicht kriege ich noch eine bessere Karte. Judgment. Äh. Nicht unbedingt toll. Aber nehmen wir mal mit. Warum auch nicht. Oh. Hier kann ich eine Bombe setzen. Yeah. Flüssel und Soulheart. Sehr schick. Abgeklappt. Und dann du hier. Da war ein Soulheart scheinbar. Hab ich gehört. Aber ich hab's nicht gesehen. Interessant. Interessant. So. Und dann ihr kopflosen Viecher. Auch ihr solltet jetzt nicht unbedingt ein Problem darstellen. Hoffe ich. Feuer, geh weg. Du irritierst mich. Treffen ist eine Kunst für sich. Andere Tarotkarte. The Moon. Nehme ich mal mit. Äh. Was ist das? Moment. Ich würde gerne wechseln. Wie viele muss ich hier reinwerfen? Fünf, ne? Ich glaub das ist ein HP. Äh. Damage ab. Ja. Nehme ich mit. Äh. The Moon. Ah, das ist der selbe Raum. Kacke. Hätte das sein können. Gut. Nehmen wir Judgment wieder mit. Aber wir machen scheinbar schon guten Damage. Äh. Shop ist vermutlich nicht wirklich interessant. Aber ohne rote Kiste. Die ist dann sehr wohl interessant. Irgendwie brauche ich länger, als dass ich das gerne hätte, um das Feuer auszumachen. So, rote Kiste. Blaue Fliegen. Warum nicht? Warum nicht? Doch, doch, doch. Mein Damage sieht gut aus. Doch, 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 doch. Schlüssel nehme ich auch gerne mit. Ähm. Gehen wir doch da rüber. Wer weiss, vielleicht liegt da noch irgendwo ein Tinted Rock oder sowas. Wer weiss. Fliege, geh weg. Ihr ganzen Fliegen geht bitte weg. Ihr nervt. Du bitte auch. Oder, ja, das ist tatsächlich noch ein Tinted Rock. Danke. Hm. Oh. Schmeißfliege, du. Oh. Sieht gleich noch eine Bombe. Fantastisch. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Dankeschön, danke sehr. Jetzt ist es nicht sonderlich gelohnt scheinbar, aber... Was soll's. Wir sind noch gut dabei, glaube ich. Ich hab immer eine scheiß Judgment-Karte dabei. Und die Musik loopt wieder. Du, 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 du. Äh, äh, äh. So. Ist vielleicht hier noch was drin. Aber meine Kristallkugel ist wieder voll. Das ist gut. Oh. Gutes Herz, danke. Und weiter geht's. Little Horn. Little Horn. Schick. Öh. Hallo, Little Horn. Hallo, 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 hallo. Ich mag den als Gegner. Der ist wirklich cool. Besonders, wenn er sich selber Damage macht mit seinen Trollbomben. Und weg. Oh mein Gott. Alle. All stats up, genau. Und Devil Deal. Ähm. Das hier müsste eigentlich ein Damage up sein, oder? Ja, der Mark. Das da. Ne, lass ich da. Gut, der Schaden gefällt mir. Schaden gefällt mir. Wir sind jetzt nicht sonderlich schnell unterwegs, aber... Mein Gott. So, Kristallkugel. Soulhaft, danke. Und da oben ist der Geheimraum. Äh, kack. Knoggers. Oh, mit dieser Musik ist es echt fantastisch. Nicht, dass ich was gegen die Originalmusik von Isaac hätte. Ne, im Gegenteil, aber... Wie ich jetzt zwei solche Ringe auf dem Kopf habe. Hm. Hm, drei Bomben. Ja, besser als gar nix. Hm, dann gehen wir vermutlich... Da unten ist ein Würfelraum. Ein Würfelraum, ja. Ich weiß nicht mehr, was diese Würfelräume machen. Ich bin mit den momentanen Items eigentlich halbwegs zufrieden, die ich habe. Es ist doch nicht wirklich das Goldene vom Ei, aber... Ich kann damit arbeiten. Bisher. Bisher, ja. Oh, solche verkackten Portale. Das sind Kacke. Kackportale sind Kacke. Die Gegner werden langsam. Das ist so fantastisch, Leute. Zwei Schlüssel da unten aufbrauchen. Ne, ich glaube nicht. Möchte ich nicht. Ich möchte erst in den Goldraum gehen. Fuh, ich binne. Leck mich. Sehr schön. Und, was kriege ich? Äh, Dark Bum. Äh, könnte was sein. Ja, Dark Bum. Hol dir das Herz, bitte. Brauchst du, glaube ich, nicht. Ja, doch. Mit Dark Bum kann ich leben. Mh, ja. Würde ich gerne machen. Lohnt sich auf jeden Fall. Mh, komm. Strange. Also, strange, ja. Das hier mache ich natürlich auch. Das lohnt sich jedenfalls. Meine, ja. Drei Bomben für eine. Lohnt sich. Ja, ich gehe in den Job, komm. Hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt, nehme ich an. Ja, toll. Oder, ja, komm. Nehmt das Soul Heart mit. Warum nicht? Oh, fuck. Ich hasse solche Räume. Ich hasse solche Räume. Wobei, ha. Doch, wenn ich nahe bei den Gegenden stehe, dann, aha, jetzt verstehe ich das erst. Da ist ein Schein um dieses gelbe Item da. Und sobald die Gegenden sich da drin befinden, dann werden sie langsamer. Ich verstehe. Speak on what the fuck. Uuuh. What the fuck ist das denn für ein Vieh? Oh mein. Oh, sag Gott. Habe ich gegen den schon jemal gekämpft? Ich weiß es nicht. Ich mache irgendwie nicht so viel Damage, wie ich das gerne sehen würde. Oh Gott, was jetzt? Der macht mir echt einfach... Der macht mir echt ein bisschen Angst. Big fucking Horn. Der ist cool. Der ist echt cool. Mit meinem Schaden kann ich echt halbwegs leben. Öh, öh, brennte Bomben. Wollt ihr mich verarschen? Stirb jetzt. Stirb. Och, danke. Geschafft. Was ist das da? Speedshot ab. Ja, nehme ich. Und Temperance. Wollt jetzt nicht unbedingt da reinlaufen, ehrlich gesagt. Lack ab. Oh, schön. Ich wollte jetzt eigentlich... ...das hier machen und... ...jetzt verdammt nochmal. Wollte beides in die Luft jagen. Invested? Hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Egal. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ich bin überhaupt nicht schnell unterwegs. Ganz und gar nicht. So, erstmal... Was kriege ich? Äh, Karte. World. Ja, schick. Ist schick, aber mehr auch nicht. So, ich bin in den Geheimraum. Da haben wir... ...Geld. Oh. Relativ viel Geld sogar. Könnte sich jetzt im Shop wieder lohnen eigentlich. Aber wir gehen auf direktem Weg. Weg. Oh, diese verkackten Portale hier. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Ihr seid mir ein bisschen... ...dorn im Auge hier. Geh weg. Muss den hier erledigen. Hat nochmal geklappt. Herstechnisch sehe ich auch relativ gut aus. Da oben ist der Goldraum. Genau, den hätte ich gerne. Äh, wuhu. Dieser Raum ist angenehm. Der ist echt angenehm. Oh, da sind noch mehr. Oh, schön. Wenn wir die Gegner einfach nichts können. Oh, doch. Die Fliege kann mir was. Aber nicht allzu viel. Und das... Oh, komm schon. Komme ich nicht ran. Okay. Spiel, bitte. Ab, ja. Ja, toll. Genau sowas brauche ich nicht. Apropos. Ah, ich wollte schon sagen, wo ist Dark Bam? Aber da ist er ja. Ich brauche Devil Deals. Unbedingt. Unbedingt brauche ich Devil Deals. Ich muss ein paar Herzcontainer loswerden. Unbedingt. Und den Pilz da. Weg. Danke. Ich habe zu viele Herzcontainer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist eine doofe Items Kriege. So, was haben wir im Shop drin? Ich glaube, das zweite ist ein böses Item. Ist das Cursed Eye? Ist das Cursed Eye? Wenn ja, dann will ich es nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das ist. Aber falls es das ist, dann nein. Nur schon auf die Gefahr hin, dass es dieses Item sein könnte, möchte ich es nicht haben. Versteht ihr? Das ist schon das Problem an sich. Oh, es ist so angenehm, wenn die Gegner langsam werden. Ist echt so fantastisch. Es sollte immer so sein. Was? Der lebt noch. Habe ich nicht gesehen. Sorry. Bombe nehme ich auch mit. Oh nein. Ich hasse euch. Tod. Tod. Und? Zeig dich. Zuerst den da erledigen. Danke. Langsame Gegner sind so. Hat der Aquam gerade so einen Scheiß gedroppt? Warum ist Chanté jetzt eigentlich so fett? Weis ich nicht. Alles mitnehmen. Wo ist der Boss eigentlich? Da oben. Langer Weg dahin. Nutzloser Raum dahin. Oh, du bist ein Problem, du riesen Kackfier. Warum lebst du so lange? Ich dachte mir, ich mache guten Damage, aber scheinbar nicht so sehr. Scheinbar halt echt nicht so sehr. Hier, Spinnen. Rote Herzen wären auch wieder mal cool. Wobei, bringt mir ja nichts. Das San. Halt mich einmal komplett. Nehme ich mit. Ich glaube, halt mich einmal komplett. Wie gesagt, es ist lange her. Es ist echt lange her. Dark Bam bringt mir jetzt in diesem Moment auch nichts mehr. Leider. Weg mit euch. Den Kackpilz, da erledigen wir schnell, weil er ist langsam. Dann den da unten. Der kann auch nichts. So, und dann den hier. Fuck. Er wollte nicht zu viel. Er wollte nicht echt zu viel. Nicht so wild. Ganz viele Gischs. Oder kleine Gischs, was auch immer. Oh, die Musik. Macht so Spass. Die macht so Spass. Hört ihr mal auf, diesen ganzen Raum hier schwarz zu färben. Jetzt habe ich wieder den Soul hat gekriegt. Habt ihr gehört? Warum? Doch, in diesem tollen Item, das ich da unten habe. Möglicherweise. Möglicherweise. Was heißt da unten? Wieso dieses Rauchgefäß da? Das meine ich. Der Pilz. Muss ich mal googeln, was das für ein Item ist. Wie gesagt, ich kenne viele Items nicht. Viele. Gerti. Ich glaube, gegen Gerti sollte ich ankommen. Besonders von hier hinten. Ja, von hier hinten sollte mir Gerti nicht allzu viel können. Weil das Problem ist, er wird nicht verlangsamt. Aber die Kugeln werden verlangsamt, wenn sie zu mir kommen. Das ist halt echt cool. Das ist halt echt cool. Gerti, du kannst nicht allzu viel. Gleich wird er mich treffen. Ich sehe es. Ich habe es doch noch gesagt. Macht aber nichts. Er ist gleich weg. So, Double Deal. Danke. Stuff nehme ich gleich mit. Ähm. Ich weiss nicht. Was macht das? Gibt mir schwarze Herzen, glaube ich, oder? Ja, aber ich nehme trotzdem weiter die Kristallkugel mit, glaube ich. Ich habe jetzt immerhin Herzcontainer verloren. Das ist gut. Hier kriegen wir Stuff. Oh, ganz viel Stuff. Äh. Faith Up. Äh. Tour of Hearts. Ne. Geld. Sun nehme ich wieder mit. Was ist das? Oh, ganz viel Energie. Cool. Setz mir das ein. Stars. Äh. Hm. The Stars. Ja. War ich mir jetzt nicht mehr sicher, was das bringt. Deswegen habe ich es eingesetzt. Jetzt ist Chanté so kastig. Seht ihr das? Ziemlich cool. Wegen der, der, der Box da. Was haben wir hier noch? World. Achso, ja. Das gab es ja auch noch. Ich komme überhaupt nicht schnell voran, kann das sein? Überhaupt nicht. So, setzen wir das nochmal ein hier. Gegen Soul Heart. Äh. Ne, wir nehmen Sandkarte mit. Nehmen die Batterie wieder mit. Und den Schlüssel. Und dann verschwinden wir. So. Okay. Hm. Die Tiefen. Oh, wa? Was macht der? Was macht der? Was? Was macht der? Leute, was macht der? Moment. Der hat meine Items scheinbar. Was macht der Spiegel? Ja, die meine Luft. Gibt Pillen. Oh, shit. Warum sagt er? Das war auch nicht gut. Hm. Jetzt bin ich so gross. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe noch einen Soul Heart. Und die Sandkarte dahinter. Wo bin ich denn? Da bin ich. Auf der Karte meinte ich, wo ich bin. Du. Du. Ihr seid langsam. Lasst euer verderben. Öööö. Spinne. Hier. Ein Tinted Rock irgendwo. Ne. Ich brauche ihn auch eigentlich gar nicht. Oh. Springstone, Spinne. Weg mit dir. Hm. Dieser Raum ist nicht gut. Dieser Raum ist echt nicht gut. Komm her. Spinne. Was war das für eine hässliche Spinne? Nein. Das war knapp. Aber ich bin jetzt so groß. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir wirklich gar nicht. Du Kackwurm. Geh weg, du Kackwurm. Ihr Kackwürmer geht auch weg. Denn ich will meinen Heimraum haben. Hierophant. Oh, Greed. Greed ist so klein im Vergleich zu mir. Ja, nee. Größer werden, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Das war jetzt echt ein bisschen uncool. Ich sehe meine Herzen nicht. Klar, warum nicht? Gapi-Item. Ich glaube, das nehme ich mit. Nehme ich mit. Ja. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut. Geh weg. Heimraum behalte ich mal noch, bis ich das nächste Mal Schaden nehme, glaube ich. Ist nicht verkehrt. Oh nein, diese... Diese, ich kann sie nur von einer Seite treffen, Viecher. Die sind kacke. Aber so, wenn sie verlangsamt werden, kein Problem. Kein Problem. Äh! Warum liegt da eine Bombe? Dieses Hirn da ist ein bisschen schneller. Das hier. Sah vielleicht doch nur so aus. Oh, wäre ich jetzt hier am Arsch, wenn die wirklich alle normal schnell sich bewegen würden. Aber so? Warum kannst du fliegen, du Kackvieh? Ja. Du bist auch noch ein bisschen zu schnell unterwegs hier, mein Freund. Danke. Ich bin auch relativ schnell unterwegs, merke ich gerade. Das gefällt mir. Damit kann ich leben. Was ist das da? Was ist das? Ich glaube, ich bleibe dabei. Ich habe doch keine Ahnung. Wo muss ich denn hin? Äh, rechts entlang. Da ist Boss und da ist auch irgendwann mal Gold. Oh shit. Oh shit. Das ist ein Problem. Fuck. Ich bin zu langsam für sowas. Bin echt zu langsam für sowas. Bin echt zu langsam für sowas. Ich sehe sie trotzdem. Wie geil. Einfach nur wegen des Schneckensymbols da. Leck mich doch. Ihr könnt mir gar nichts. Versteht ihr? Hallo? Wie viel hält das Vieh aus? Danke. Geld, da ist der Boss. Du Kackfeuer, geh weg. Ich möchte versuchen, die hier wegzusprengen, ehrlich gesagt. Hier trocken ständig Soulhards. Das ist fantastisch. Soll ich jetzt schon zum Boss gehen? Nö. Natürlich werde ich erst noch den Goldraum mitnehmen. Ich habe nur eine Bombe. Deswegen lasse ich den am Leben und Damage ab. Nochmal. Chanté sieht nicht mehr gesund aus. Gut, ich glaube wir verschwinden. Wir verschwinden. Was ist das jetzt schon wieder? Ich bin zu gross. Ich habe nur... Scheiße. Ich habe nur eine Bombe. Was zur Hölle? Ich glaube, das ist eine Rune. Verdammte Kacke nochmal. So, manchmal eingesetzt. Die Befanten setze ich auch gleich ein. Warum auch immer. Ich kenne doch diese Bosse alle nicht. Was ist jetzt? Er hat gestoppt. Ich bin zu gross, um sowas auszuweichen. Er stoppt immer. Warum? Weil ich ihn verlangsame. Ja, scheinbar. Coole Sache, das. Ich nehme noch das mit. Schaut es bitte auf den Damage ab. Ja, ich glaube, ich kann damit arbeiten, was ich bisher habe. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ich komme halt irgendwie überhaupt nicht voran. Und die Karte aufdecken, bitte. Soulheart, das ich immer noch brauche. Okay. Ich gehe mit da runter. Nö, nö, nö. Warum? Warum wirst du nicht langsam? Alter. Warum wirst du nicht langsam? Warum wirst du nicht langsam? Verstehe ich gerade nicht. Äh, kann es sein, dass ich irgendwie viel zu wenig Damage mache? Wie diesen Kackwurm nicht tut. Nur mal so. Echt, nur mal so. Das ist voll der Scheiss. Ich brauche Bomben. Ah, komm. Eine verwenden wir mal. Zwei Säckchen. Könnte sich schon lohnen. Ja, okay. Hat sich schon gelohnt. Soulheart. Nehmen wir mit. Danke, Kristallkugel. Ähm, ja, diesmal gehen wir in den Shop. Auf jeden Fall. Habe ich in der letzten Ebene vergessen. Ja, ich möchte auch hier nicht Stunden in einer Ebene verbringen. Obwohl es genau das ist, was ich sollte. Was zur Hölle ist das da in der Mitte für ein Teil? Habe ich auch noch nie gesehen. Hört es aufzuschießen? Natürlich nicht. Fuck. Und weg da. Holy shit, was sind das für Teile? Was sind das für Dinge? Wollt ihr nicht herkommen? Tötet euch so. Na komm schon. Na komm schon. Kommt doch nicht da rein. Ich bin doch kein Idiot. Kommt her, ihr Viecher. Ach, komm. Eins ist weg. Das zweite treffe ich auch noch. Danke. Batterie? Jetzt schon. Nehme ich. Noch ein Solar. Okay, das brauche ich noch nicht. Gut, dann bin ich wieder voll. Das ist gut zu wissen. Ihr seid so langsam, ihr könnt mir eigentlich gar nichts. Will ich in den Arcade rauben? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hm, diese verkackten Portale immer. Stirbportal. Danke. So. Oh, Gegner verlangsamen, ey. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das gerade für mich bedeutet. Das ist so unglaublich. Da ist nochmal ein Soulheart. Kann ich mir aber nicht leisten. Meine Range ist unglaublich gerade. Sterb, du Flieger. Sterb, du Flieger. Hm. Aber ich treffe sie nicht. Ja, hallo. Danke. So, und jetzt bitte gib mir was Geiles. Was bist du denn für ein Baby? Far away, buddy. Okay, auch jemand, der ein bisschen durch die Gegend ballert, meinetwegen. Kann ich mitnehmen. Jetzt muss ich einfach nur langsam aber sicher aufpassen, wer welche Projektile von sich abgibt. Weil mein neuer Begleiter, das könnte auch genauso gut ein Gegner sein. Das könnte mir noch den... Ja, nicht den Arsch retten, sondern den Arsch versohlen. So, was haben wir hier drin? Ähm, BFF. Ich glaube, das sollte ich nehmen. Ja, Bombe nehme ich auch. Jetzt wurden meine Freunde irgendwie stärker, glaube ich. Irgendwie so. Oh, wenn ich doch nur noch ein bisschen kleiner werden könnte. Das wäre viel cooler. Das wäre viel cooler. Oh, ja, ich kann mich kaum bewegen hier. Was ist jetzt hier in diesem Raum gerade los? Das war jetzt nicht so geil. Das war jetzt sogar ein Problem. Nicht zu sagen, ein grosses Problem, weil ich so gross bin. Ich bin so dumm. Ich bin so kacke. Ich bin so kacke und so dumm. Oh, die sind weg. Ich guck's auch weg. Oh, was zur verdammten Hölle ist das? Oh, was war das für ein Raum, Bitter? Lass mich durch hier. Ihh, du hässliches Vieh, du. Das Gapi-Item bringt mir eigentlich auch nicht sonderlich viel. Kann das sein? Überhaupt nicht halt. Oh, rotes Feuer. Gefährlich. Oh, der ist auch gefährlich. Danke. Oh, ich bin viel zu gross. Das ist echt kacke. Brauche ich jetzt noch ein Soulheart? Ich hasse es, wenn ich meine Herzen nicht sehe. Ich hasse es halt echt. Wo ist es? Ah, noch ein Raum runter. Okay. Wo ist mein... Da. Okay, ich hab's gebraucht. Wisst ihr was? Wir gehen auch noch da rein. Warum nicht? Warum nicht? Oh. Karte. Emperor. Hm, nee. Und boom! Was mach ich denn jetzt? Das waren alles die falschen Tasten. Das wollte ich jetzt alles nicht. Scheiße. Äh, naja. Naja. Wo geh ich hin? Auf jeden Fall falsch. Das war ein super Einsatz von allen Items. Einfach mal alle komplett... Alle komplett versemmeln. Wie gesagt, ich bin's mir halt nicht mehr gewohnt. Mom. Bam, 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 bam. Aber Mom sollte jetzt nicht so das Problem sein, hoffe ich. Ja, hab ich schon lange nicht mehr gemacht, diesen Kampf. Tut mir ja leid. Stampf! Ich kann den Kampf nicht mehr, oder? Ich kann den Kampf halt nicht mehr. Da bist du! Hier ist dieser, dieser, dieser... Four-Way-Buddy bestimmt ziemlich geil. Da könnt ihr unter Umständen alle Teile von Mom treffen. Ja. Ja, ja, ja. Das hat mich jetzt da erwischt. Äh, Mom, warum lebst du so lange? Müsste es gleich down sein. Das war jetzt. Äh. Nehmen wir das Polaroid mit. Warum auch immer. Und gehen weiter. Haha. Wir spielen schon ultra lange irgendwie. Das ist alles nicht gut. Was auch nicht gut ist, dass ich jetzt meine Karte nicht, ähm, kompletieren kann. Das wäre ziemlich, ziemlich wichtig. Vielleicht finde ich ja noch eine Batterie. Wer? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin halt echt zu gross. Das ist, das ist das Hauptproblem. Damage-mäßig sieht's... Will ich nicht haben, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein Gott. Ich mache halt kaum Damage. Seht ihr das? Nein, dieser Stein da ist halt echt im Weg. Der Stein da ist echt im Weg. Wobei von hier, doch, von hier. Ich treffe ihn halt kaum. Ich mache das jetzt so lame. Ich treffe ihn immer ein kleines bisschen. Seht ihr? Aber er kann mich nicht treffen. Hehe. Ich weiß, es ist lame, aber mein Gott. Warum gehst du nicht kaputt? Du solltest schon lange kaputt gehen. Jetzt nämlich. So, der kann mir eigentlich auch nichts. Aber ich kann ihn von hier ziemlich chillig erledigen. Das dauert jetzt ein bisschen, ich weiß, aber... Kann man nichts machen. Ich nutze den Raum aus. Und tschüss. Batterie, na danke. Es war jetzt dumm, dass ich die eingesammelt habe. Weil es wäre eh gleich voll gewesen. Nehmen wir den Geheimraum mit. Was ist das für eine Karte? So, Spades. Nehme ich. Mehr Schlüssel ist immer gut. Drei Münzen. Ui, toll. Das hat sich jetzt beinahe ein bisschen gelohnt. Warum nehme ich diese scheiß Karte immer mit. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Eigentlich können wir direkt zum Boss gehen, oder? Alles andere bringt uns nicht so viel. Oh, du Scheiße. Ich bin so gross. Ich kann nicht ausweichen. Da ist er. Okay. Oh, one makes you small pillar. Das wäre jetzt genau das, was ich brauche. Genau das, was ich brauche. Du Kackvieh da. Stirb. Nein. Ich hasse dich. Aber ich kriege wieder ein Soulheart. Und die Cartridge. Ne, danke. Ne, danke. Ne. Ne. Ne, lass mich doch hier hingehen. Du auch. Warum bist du so unscharf? Stirb. Pille. Hm, toll. Halt. Nicht alles wegnehmen hier. Danke. Ähm, wo gehen wir hin? Soll ich noch da unten? Ne. Will ich... Oh, shit. Kackten Augen hier. Die sind gefährlich. Danke. Gut, dass die langsam gemacht worden sind. Na komm, ich gehe hier rüber auch noch gleich. Fucking Brimstone-Auge. Ist da ein Fehler, hier hinzugehen. Trollbombe, toll. Ja, ich sollte nicht allzu... Oh, was zum? Vier Wegteile. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Fuck. Auge. Kane's Eye. Weiss nicht, was es macht. Mama... Gördi. Ja, fick dich, Mama Gördi. Holy fucking shit. Äh, ich mag sie nicht. Und frisst noch die Bombe. Gut. Oh, fantastisch. So macht man das. Sehr geil. Shit. Jetzt habe ich ein scheiß Item eingesammelt. Alle Werte wurden gestaffelt. Oder geschaffelt. Was weiß ich. Möchte ich hier noch was mitnehmen? Ich weiss nicht, was die Faust ist. Ich glaube, ich nehme sie mit. Ich glaube, ich nehme sie mit. Vier Shot. Oh, doch, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Und weiter. Doch, das war gut. So, und wir haben unsere Kristallkugel wieder. Ähm... Was ist da unten? Alles andere interessiert mich, glaube ich, nicht. Ne. Oh, diese, 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 diese verdammten Kackviecher. Ich hasse sie. Dick, dass ich hasse euch auch. Dieses verkackte Portal da drüben. Hör auf, solche Scheiße zu spawnen hier. Irgendwie bringen die Fier Shots gar nicht, kann das sein? Bringt echt gar nichts. Alter, das ist meins. Das war jetzt dumm. Ich hätte zuerst in den Geheimraum gehen können. Scheiß Dingle. Oder bist du überhaupt Dingle? Ich weiss es nicht. Ne, die kriegen gar keine Angst. Die kriegen echt gar keine Angst. Je, 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 je. Ich mache halt echt null Damage, kann das sein? Ich hätte diese Spritze nicht einsammeln dürfen. Das war ein Fehler. Das war echt ein Fehler. Letzte Bombe. Bitte Geheimraum. Lohne dich. Ja, beinahe ein bisschen. Beinahe ein bisschen. Mag dich nicht. Dich auch nicht, kleiner Kopf. Ganz viel Geld und... Spinnen. Was bringt mir jetzt das ganze Geld? Nichts. Oh nein. Keine Portale hier. Mach auf. Oh, ich hasse Gegner, die ich nicht ständig treffen kann. Verkacktes Portal. Schließ dich endlich. Stirb. Hallo, seid ihr scheiße? Dank. Hm, komm, zeig dich nochmal. So, geht doch. Wieder eine Bombe. Immerhin das. Oh mein Gott, was bist du für ein riesiger, verkackter Wurm. Oh mein Gott, mache ich wenig Damage an diesem riesigen, verkackten Wurm. Oh mein Gott, mache ich keinen Damage an diesem riesigen, verkackten Wurm. Hör auf, solche Scheiße hier zu kacken. Hör auf damit. Ich sagte, hör auf damit. Du kommst da nicht durch, oder? Ha, ha, ha. Äh, kacke. Dieser riesige, verkackte Wurm, ja. Ich kriege ihn halt echt nicht down. Oder halt nicht so gut. Jetzt aber, komm. Wurde auch Zeit. Da ist ein halbes Herz. Hol's dir. Dark Bam, hol's dir. Dark Bam, muss ich dir eigentlich alles sagen. So, saust du aus? Nö, warum auch? Sack du. Oh, nein, nein, nein. Portale, Portale sind schlecht für mich. Wieso rum? Hüpfe ich auch. Okay, aber ich treffe immerhin alles. Karte. Double. Besser als nichts. Ja, 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 ja. Alles im Griff, alles im Griff. Und von hier oben solltest du... So ist gut, so ist gut. Perfekt. So ist perfekt. Irgendwie habe ich schon lange keinen Soul-Hartner gekriegt, kann das sein. Rutes Herz. Dark Bam. Oh. Danke. Ja, komm. Direkt weiter. Direkt. Devil. Bisschen Damage gemacht. Diese verkackten Augen hier. Oh, ich hasse dieser... Oh, ich hasse dieser... Okay. Bisschen kleiner wäre. Aber irgendwas schützt mich gerade... Irgendwas schützt mich gerade ziemlich gut, wollte ich sagen, aber dann wurde ich getroffen. Ich nehm doch jetzt endlich mal. Das war jetzt gar kein guter Einsatz von meinen Möglichkeiten. Ich habe das Polaroid mitgenommen, oder? Gehen wir hoch. Scheiße. Ja, langsam aber sicher wird es ein bisschen eng für mich. Langsam aber sicher. Soul-Hart. Danke. Okay. Oh, ist das ein weiter Weg. Oh, ist das ein weiter Weg. Oh, nein, Geister. Asse euch, Geister. Ups. Dann, wenn ich... Wenn ich genau da rein... Was ist jetzt kaputt? Kann es sein, dass ich mit Geistern echt Probleme habe? Tatsache. Ihr seid einfach zu viele. Ihr schützt euch gerade ziemlich, ziemlich gut. Wollt ihr mich verarschen? Wie viel Damage haben wir diese Scheissgeister jetzt gerade gemacht? Viel zu viel, oder? Irgendwann Tinted Rock. Ich muss hier runter. Oh, mein Gott. Fucking Monstru. Monstru 2 sogar, ja. Hö! Fliegen machen es nicht besser. Fliegen machen es halt echt nicht besser. Komm schon. Nein! Ich renne genau rein. Okay, das war's. Okay, das war's. Das war's für mich. Nein! Lass es jetzt mal, bitte. Nein, ich... Okay, das war's. Scheiße. Ja, es war nicht ganz so gut, Leute. Nicht ganz. Aber ich würde sagen, das versuchen wir nochmal. Leute, das war's für heute mit The Binding of Shanty. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut oder besser. Tschüss! Ja, das war's. Ja, es war's. Nein erst mal. Bis zum nächsten Mal. Ve uncommon.